Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bärenbande. Heute gegen Doppel Zufall. Runde Zufall mit neuen Bildchen und allem Möglichen. Das ist so hässlich. Platin und Dia Spieler, der Fanny und der Rook. Auf der Sandigen Schlucht mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie das Feuer war. Schon voll vergessen. Wie es vorher aussah. Doppel Zufall, das heißt, ich geh scouten. Oh. Das ist Fanny. Wollte ich das eigentlich nicht haben. Umgedreht wäre besser gewesen, naja. Was? Der hat einen Schwung gebaut, obwohl ich eine Ohren haben wollte. Keine Ahnung warum. Tja. Hast du jetzt mehr Echo? Sei doch froh. Ja, aber jetzt müssen wir bleiben. Ach, Echo for the Payblock. Du gehst unten gucken gleich, he? Ja, weiter mit Zufall. Ah, stimmt. Einen Turaner. Oh ne, der andere ist ein Protoss. Wo ich nicht an den Arbeiter rankomme. Jetzt komm ich ran. Das ist der nicht so gute, glaube ich, weil der Arbeiter ist gleich tot. Zwei Arbeiter gepullt. Das hat er jetzt genommen. Das ist verschwinden. Nach Hause, in Lino Wald zu schritten. Da da da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Könnt ihr euch nochmal hingucken, oder? Wenn du den Toss, los, lass uns nochmal zum Toss gucken. Wie gesagt, Terraner kommt die Barrag ein bisschen später, aber nicht viel. Na, das macht mir jetzt nicht viel aus. Double Gate? Ne. Ne, kein Double Gate. Ist schonmal ein No-Go. Auf die Drohne. Auf die Drohne. Auf die Drohne. Und wieder auf die Drohne. Und wieder auf die Drohne. Und auf die Drohne. Oh, jetzt kommen zu viele. Ich bin weg. Hihihihi. Ja. Eigentlich, ich trete mir nochmal die Drohne an. Ne, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Overlords. Ach, der klappt sich an. Wo bin ich denn? Ich bin doch von unten. Gehe jetzt zurück, sonst bin ich tot. Ja, ich geh danach zurück. Oh, da würde das ein Bleiblock. Was ist denn hier los? Ich möchte gern wissen, was er macht. Ah, der hat irgendwas hinten gebaut. Er hat aber noch keine Truppen. Das heißt... Attacke! Ich geh schon mal vor. Die... äh... Ich geh mal vor, gucken. Kommst du mit? Ich komm dann gleich an den Stützen. Ob er mir jetzt gerade ein Repo hier hat? Was von uns gerade? Ich kann noch Geld bauen. Wir kommen jetzt vor Linke. Das ist gleich jetzt der linkse Porta. Ich hab irgendwo eine Tone, die liegt noch. Machen wir es trocken. Jetzt kommt der linkse Porta. Mit Speed. Eigentlich jetzt. Genau jetzt. Da kommen viele mehr Aliens. Aliens kann ich killen. Die wollen bei uns in die Base. Die wollen bei uns in die Base. Die wollen wir komplett in die Base rein. Ja, der Tosse sucht raus. Hat jetzt, ich baue das bestimmt lieber. Ja, ich hab nicht viel verloren. Gegen den Helden. Passt also. Ich komme mal. Double, Double Gate. Na, wir machen einen Pilon weg. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Hast du nix nicht gekriegt? Was ist da? Was ist da? Ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe. Na, Benny. Dann hoch. Dann hoch. Ich bin hier in die Schatten. Ein World Race draußen. Das ist nicht so weiter wild. Wir müssen hier vorne fighten. Weil da sind ganze Gruppen. Jetzt ist es schlecht. Ich bin halt komplett losgestorben. Hast du? Huffi, Meg. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Der darf kein zweites Void haben. Warum ist das nicht ausgeklappt? Warum ist das nicht ausgeklappt, ey? Ah. Wir müssen halt komplett hoch. Ja. Los, hoch. ach das ist nicht auf der 2 geft die ecco zeigt uns weggeräumt heute ist weggeräumt ecco und weggeräumt heilen wir uns weggeräumt was wars hochgetronet, bitte steht ich brauch grad noch eine zweite weil tyrana könnte immer noch ganz schön hart sein relax, guck doch mal haliens haliens sind nicht so weiter wild äh nicht haliens, da siehst du die alle? naja gg kann man noch 1 anhängen, oder? war ziemlich kurz kann man machen, wenn du das möchtest ja los, voll frei müssen wir mal wieder auf die A1, wo wir hoch kämpfen das wird dauernd dauernd ja du zuratges ja 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 ich kann Mechlinge spielen endlich kann ich Mechlinge spielen, wollt ich schon mal machen? hä? wo sind Zerklinge, da sind Zerklinge, und dann spiele ich jetzt Replika ich hab dann hier Skins oder Warschests Adepten Comic Adepten und Comic Berserker sehen die aus, ich kann mal gucken in der Warschests kannst du mal gucken, ja genau ja ja geht so, ne ist jetzt nicht so der Börner, aber ich find's schon trotzdem gut wie sieht's bei Terranon aus? ja die find ich gar nicht hübsch die Terranon sind einfach richtig scheiße aus Zerk sind am coolsten, find ich ja Mechwarrior Zerk kann nur uns geben hey und wir sehen nix nichts denn es ist ein bisschen verpackt wir spielen heute auf einem komischen Planeten also theoretisch müsste man die Map darüber erkennen ich glaube ich bin sicher ja keine Ahnung ach die Map ja aber passt zum Planeten ist grün, ist blau, ist alles ok ja, ein doppel Zufall und wie dauern die gleichen? anscheinend ist es in irgendeinem wissen nicht, ob es die gleichen sind hier müssen wir eh scouten, was da kommt den gleichen sollen wir noch machen? ja ist noch ein bisschen verpackt ne irgendwie oder mit Absicht jetzt so keine Ahnung eigentlich nix man muss eigentlich wissen, was der Gegner gemacht was der Spiel ist komm, wir zeigen euch nicht, was ihr seid ihr müsst halt mal gucken da oben rechts klicken ach nee, das find ich scheiße ich würd sagen, es ist einfach nur verpackt ja, denk ich auch buggy einfach nur buggy ja wirklich, wirklich buggy ich geh rechts gauden alles klar, ich geh geradeaus bei dir kommt schon ein scout bei mir? oh, oh Toss, schon wieder Toss Terranor ohne die wollen uns irgendwo proxien ja wir müssen scouten wir brauchen mehr Mineralien oh, dann macht er die barracks später ne normalerweise nicht ne hat sie später genommen was dann hat er irgendein er hat ja ne Echse gebaut vorher ne Echse first ja oh, meine Sonne ist tot nein dann baut er auch das Ding nicht dann kommt auch kein Reaper ja, mach ein bisschen Stress Stress ein bisschen hab ich schon Mist klick falsch ist mir nur übergeklickt naja, dann bin ich nicht gut nein, Rolo, du blickst da nicht hin sei nicht doof jetzt wird um den Tod geflogen ja wir brauchen mehr Vestingas wir brauchen mehr Vestingas wir brauchen mehr Vestingas wir brauchen mehr Vestingas ich will das die Robo bauen hat nichts gesehen Ich brauche einfach ein Ding, 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 Eigentlich brauche ich noch Bane, Linge. So, ich darf mein Gate nicht vergessen. Ey, sieht schon auf der Map, sehen die richtig komisch aus, die Linger, guck dir die mal an. Ja, das sieht wirklich komisch aus. Sieht mir auch gleich, dass sie so meck ist, wenn du so weit weg bist, naja, trotzdem lustig. Ein bisschen, ja. So, machen wir Warpressen nur noch und dann kommen wir los. Machen wir ein Tossplatt, ja. Wenn wir noch reinkommen, ja. Musst du mal eigentlich. So, ich kann los. Das Warpflüssen ist ja schneller. Das passt fast. Oh, ich habe Overlords einmal verschlafen jetzt. Ich bin dafür schon frei Base. Oh, ich habe Hedges. Das heisst jetzt noch nicht, ne. Endste Rode, da stehen sie alle, da stehen sie. Oh, das ist schon vorbei. Viel zu wenig. Ich komme halt nicht rein beim Protoss, weil er hat viele Dings gebaut. Was hat er gebaut? Ach hier, Schilde. Ja, ich habe gleich einen Warpflüssen da. Das Ganze rein. Schon durch. Er will Flieger bauen. Das wird wohl nicht mehr klappen. Halt ab. Da kommen Marines. Zu wenig Marines. Oh, ich habe was mit mir in der Base. Ach, das ist ein Orakel. Ich habe mehr Banning als er. Bist du ganz zurück, ja? Fast, ne. Ist das raus, oder was? Ja, fast. Ich gucke mal mit Länge hin. Ich habe keine. Ich habe nichts verloren. Der Felgen ist richtig gut. Der hätte es jetzt kriegen können. Hecken. Soll ich dir aufmachen? Ich mache dir mal auf. Komm, geh mal weg. Ich bin da. Ja, ja. Komme. Link Support. Ist kein Mord. Komm, noch mehr Länge. Es kommt viel mehr Länge. GG. Der Stalker passt auch besser für mich so. Ja. Da habe ich mir gebaut. Dass er gesehen hätte drei Bases jetzt. Vielleicht nicht viel mehr Apparate Ressourcen. Nö, du wolltest mir das schlechteste. Aber ich kann halt aus drei Hatches pumpen. Ja, das ist halt echt geil, ja. Dann würde ich sagen. Jetzt machen wir einen Cut. Oder willst du was sagen? Nö, ja. Ich würde nur sagen, dass eine Stalkall nur mit einer Robo gekontert werden kann. Oder halt einen guten... Wir kommen einfach nicht die Band hoch. Ja, oder so. Genau. Dann... Endcard. Genau. Ciao. Abo nicht vergessen. Und das sind wir auch schon wieder ein Abspann. Wir hoffen wir irgendwas hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn wir morgen wieder bei uns einschalten. Wer nichts verpassen, wir können natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr dann ein anderes Bike von uns. Und unten rechts nenn StarCraft Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi. Euer Muttipermando. Ne. Sheus. 7,6 im Schrauschen